Hallo und herzlich willkommen zurück Let's play Rome to Lover 2 mit den historischen möchtigen historischen Rom ja wir versuchen gerade Richtung Frankreich vorzustoßen wie es eigentlich vor paar jährchen passieren hätte müssen aber ja Griechenland wird jetzt demnächst fallen in den nächsten paar Runden da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt davon ähm hm ok so ja genau hier es war wir müssen wir müssen Menschen arbeiten nicht das ist der hat wir müssen zu die die kommen vorne hin hinten hin die kommen mal in den Markt rasender Angriff fuhr das ist gut die und schweinchen vor schau mal das wird er heutzutage als moderne Kunst durchgehen Tja die hatten es früher schon drauf Tja der Rasen der Angriffe ist aber richtig heftig was machen die da? eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht das kann passieren unser General wird angegriffen noch einmal und wir machen jetzt sobald ich die anklicke gehen die weg jetzt klicke ich die nicht mehr an sobald ich das sobald ich sobald ich sobald ich sehr schön eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht ich war aber sobald ich jetzt sobald ich sobald ich Evo Tati! Fest Detektiv! General! Iberische Schwerter! So, jetzt machen wir mal den den Heftigen eigentlich. ... Prüren! ... ... ... ... ... ... ... ... Stattet! Unberechtet, der liebe Schluch! Umkampf! Bereits! Stil! Vorwärts! Jetzt! Kammerli! Abnerl, jetzt! Abnerl, jetzt! Geht es Ihnen, Sir! Abnerl! Aye! Lass Sie blöden! Abnerl! Zubatier! Uhhh! Kuckoo! Zubatier! Uhhh! Uhhh! Bist du so schweilige Heimdreit! Zubatier! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, ich hab... Nein, 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 nein. Unser General ist gefallen. Schniff, aber das ist ja... Ja, das ist ja nicht so gut. Weil dadurch die Moral nicht so gut ist, oder nicht gut. Erschöpft. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh. Nein, ich werde jetzt nichts verlieren. Ich werde jetzt nichts verlieren. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nein, 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 nein. Mach den glatt. Komm schon. Die Schlacht wendet sich zu unseren Nutzen. Aber ich kann immer noch verlieren. Warte mal. Es war sehr gut, dass ich noch gesehen habe, dass ich die habe. Das war lucky. Eieiei. Wow. Das war sehr knapp. Über die Hälfte von... Also die Kavallerie war super. Die war sehr gut. Fast 300. 100. Ähm. Ja. Ja. Bei ihm hat nur das da... Also der da hat glaube ich 100 gemacht, weil er mitten drin war. Also da konnte ich ihn nicht angreifen. Aber... Ja. Danke für das Geld. So. Ein ehrenhafter Tod. Ähm. Pflicht ruft. Familiengeschichte. Nach dem Tod eines angenehmigen Schwert dieser Familie möchte ich nicht. Ja, naja, naja. Ist Jungen fehlgeschlagen. Äh. Belagerung, ja. Das ist wohl wahr. Gut. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Das... Das kann nicht automatisch wahr. Ach. 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 Ok. Ach. Jetzt hab ich hier ne gute, äh... Kavallerie? Ah ne, das mache ich ja, das mache ich ja gerade schon. Das heißt, jetzt kann ich jede Kavallerie-Einheit von hier verbessern. Und die auch. Aber was bekommen die? Hä? Die Pferde bekommen Stufe 3. Das ist halt richtig geil. Stufe 3 Pferde sind halt... Die rennen nicht so schnell weg, die sind voll chillig drauf. Die machen voll viel Damage. Hm. Coole Tiere. Aber was bekommen die jetzt? Ach so, Schild Stufe 3. Hä? Na ja. Wird zwar nicht angezeigt, aber wenn es so ist. Hm. Was fehlt mir hier? Ich habe Praetorianische Garde. Ah, das ist der Diktator. Einmal das. Dreimal gepanzerte... Achso, ne. Ich habe nur gepanzerte... Ne, eben nicht. Ne, eben nicht. Okay. Dann mache ich die da weg. Ja. Und mache dafür... Hier. Gepanzerte. Die sind besser. Hup, hup. So. Die kommen auch hier. Der Kampfangriller 86 ist auch nicht... Nicht verkehrt. Ja, okay. Die haben eine 93... 95. Ja, hier... Legionärskohorte. Aber... Ähm... Ja. Da habe ich halt... Jetzt schon Stufe 3, ne. Hm. Ne, Stufe 6. Sogar Stufe 6. Gut. Äh... Wo sind wir gerade? Was machen wir gerade? Genau. Jetzt hat er hier nämlich seine Einheiten zurückgezogen. Vor allen Dingen hier sind... Zwei Fullstack Armeen. Hier ist mein Diktator. Mit denen kommen... Ja, okay. Mit denen... Ich könnte sogar ihn angreifen. Ähm... Ich muss mal kurz schauen, was da ist. Da ist nix. Das ist gut. So ein Schisser. Jetzt... Äh... Jetzt muss ich halt hier stehen bleiben. Ähm... Ja. Und jetzt ist die... Die gefährdet. Ja, das war nicht so gut. Warte, dann mache ich den weg. Geh hier hin. Und dann... Da hast du hier die gepanzerten Legionärer. Äh... Mö... Gutachten. Dö... Ja. Ähm... Ähm... Äh... Äh... Ich hoffe, man hat das Handy nicht. Ich glaube aber nicht. Ähm... Okay. Alles klar. Das sind die Armeen. Und... Äh... Ja, jetzt jage ich mit den beiden Armeen mal... Die da hier. Kannst du noch gehen? Du könntest sogar den platt machen. Ja, ja, ja. Komm, dann machst du den platt. Und... Ja... Wie will der... Geil, dann gehst du halt wieder zurück. Ich hatte den in Schwitzkasten und der ist einfach... Ja, egal, dann gehe ich halt da vorbei. Ja, dann mach's halt. Dann tue es halt einfach. So, das da ist nicht meine. Ist in Ordnung. Das da... Ist nicht meiner. Hm... Das da ist nicht meiner. Gut. Next one. 112. Okay. Genau, ne? Oh Gott. Das ist so... So lame gerade. Okay. Gefährlich sind halt wirklich nur die Leinen Panzerpigniere. Schwerkämpfer sind auch heftig. Okay. Alter. Jetzt echt. Ernsthaft. Okay. Ich würde sagen, das spielen wir nächste Runde. Ich glaube, wir können gewinnen. Aber nur weil... Weil ich... Äh... Ja... Rüstungen genommen habe und nicht Schwert. Weil das... Äh... Also Rüstungen ist gegen Pigniere immer besser. Weil... Ähm... Die kommen mit einer besseren Rüstung eher an sie ran. Und wenn sie ran sind... Ähm... Ja, dann... Ähm... Sind sie ja... Also sind die Pigniere so oder so unterlegen. Deswegen... Der hat auch viel Cavalier. Naja, okay. Alter, das werden wir dann nächste Runde erfahren, wie es ausgeht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. See ya. See ya. Junge! 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 Hör jetzt die Elefanten! Hör jetzt die Elefanten! Hör jetzt! Hör jetzt! Tehrlein! Feuer! Hör jetzt! Hör jetzt! Davin ist er sein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020